ja wer ist denn das? das ist doch tatsächlich der Churchill Churchill und das ist die Nora hat sich für Nora gar nicht weiter interessiert kurz beschnüffelt ein bellender Hund war eben mir auch hat ihn auch nicht interessiert das wäre ja zu schön also Rüden dass er Rüden nicht mag das glaube ich das braucht wir lieber nicht testen das wäre ja schön wenn er so auch mal mit spazieren gehen kann kommen kann Churchill zeig dich mal von vorne dass man auch wirklich glaubt dass du das bist guck mal guck mal fein guck mal fein fein ist natürlich jetzt wahnsinnig aufgeregt der ist ja mindestens zweieinhalb Jahre nicht spazieren gegangen und was vorher war wissen wir ja nicht aber wenn wir das paar mal machen dann läuft der bestimmt auch entspannt an der Leine ein tolles Erlebnis zum Jahresbeginn dann dann